Ja, liebe Viktorianer, der 19. Spieltag steht an und das bedeutet natürlich auch, dass es wieder einen Viktoria-Spieltagstipp geben wird. Diesmal wird uns Kevin Holzweiler seine Tipps zum 19. Spieltag abgeben. 2-1 für uns. 1-1. 2-1 für Dresden. 3-1 für Saarbrücken. Oh, schwere Spiel. Ich sage 1-2 für Lautern. 2-1 Halle. 1-2 für Rostock. Oh, unentschieden 1-1. 2-1 Duisburg. 2-1 1860. Ja, ihr habt die Tipps von Kevin gehört. Und jetzt seid natürlich auch ihr gefragt. Was denkt ihr, wie werden die Partien am Wochenende enden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.